Wir müssen ja hochziehen. Wir müssen das Pferd hochziehen. Ich weiß noch, dass wir uns hier zum Beispiel sind. Nein, 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 das ist nicht so. Wir können hier alles öffnen. Wo dann in der Zeit sind? Wir können hier oben nicht behalten. Da oben ist es auch heute. Oh, ja, da unten. Okay, das ist skidding. Oh, das ist gut. Oh, das ist so. Gut. Ich würde uns das zeigen. Ja. 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 Ja.